Also, wenn ihr diesen Sommer noch nichts vorhabt, dann kommt noch Barcelona. Da tanzen wir, bieten Workshops und dann habt ihr richtig geilen Spaß. Wir werden hier verschiedene Stile machen. African dance, cramping maybe, I don't know, new style. Und sagen direkt, du bist vor. Also, wenn ihr nichts vorhabt, ihr verpasst auf jeden Fall nichts. Das wird richtig cool. Wir machen das. See you. Peace guys. See you ensemble. Bye.